und meine damen herren und dinge hieß es als aller tiefste satz es wird grausam sechs tage premium ist immer noch kein discount was warten die diesmal jungs zu weihnachten und ich habe keine er geht er geht er geht aber diese im vierst tut sie doch nein 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 warum denn dann packt sie auf die andere seite schlimm genug dass wir die japanischen mistviecher haben aber den hier kennt man wenigstens und den da auch stimmt was ich noch gucken wollte so die dos kann ich die dos sind die ist nicht erforscht hier habe ich dummerweise auf dem habe ich geld verschwindet a1 wo kann ich mitnehmen 1 2 3 4 1 2 3 4 und damit wenn wir wieder pleite warum wollen alle jetzt die ach habe ich jetzt total vergessen so und zwar bei der maschine aus dass wir zwei slutschen und auf ein neues ich glaube ich kann doch ich habe ein schädchen ich wollte mich oben an schädchen das funktioniert der Sonne. Kann ich bei den Amis noch nichts kaufen. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Ich glaube, der denkt, der hat einen Schuss, könnte durchaus sein. Das sind Italiener im Spiel. Ich kann da nicht hinschießen. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Das ist der Einzige. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Ich trau den Braten nicht. Das fängt ja gut an. Das wird so ruhig. Wir sind in der Erde. Und dann? Wir sind in der Erde! Ein B.O. ist hier! Wir sind in der Welt gekommen worden! Ach ja! Wozu haben wir eigentlich hier keine Luft? Wozu haben wir hier keine Luft? Sieht komisch aus, das Steuerrad. Haben wir die Lufthau heute, oder? Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingehört. Du darfst auch heute abkühlen. Ich wollte gerade die Sicht aus dem Cockpit loben und jetzt gucke ich nach hinten und sehe nichts. Ich wollte gerade die Lufthau. Ich weiß gar nicht wo der Lufthau steht. Das ist glaube ich irgendwo da. Das ist glaube ich. Oh Scheiße, schießt die langsam. Oh. 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 fahrt ihr über die feiertage weg oder bleibt nur daheim oder was sind eure pläne ja da hat wieder einer seinen mg entdeckt ich entdecke gerade dass ich diese map wo samstag oder na ok ich habe ernsthaftig genug depression es könnte gerade genug depression sein von da hinten wollt ihr euch jetzt alle hier hoch stellen oder was und und Vielen Dank. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Aber hast du einen Urlaub? Rucks und Nase. Und was haltet ihr von den Italiener? Das ist meine Hauptfrage. Ich habe die ja selber nur den P40. Den finde ich schön. Die Leoncello. Die Lothierdinger bin ich ja am Mondhackenbar mal gefahren. War auch recht witzig. Und wie will da keiner? Das sind nur die drei Ersten. Ich habe vorgestern eine Runde im T34 gefahren. Also das ist diese 2-1-Reihe. Also Panzer 4, T34, G-Doos. Und wir hatten die Köln-Map und ich stand an meiner Ecke, an meiner Hausecke bei C und habe C aufgepasst, dass C keiner catchert. Guck da also diese lange Straße Richtung B runter. Ja, hier muss Geduld haben, Minion. Wahrscheinlich kommt hier gar nichts dabei. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Wo sind denn die alle? Mit? Also guckt die Richtung nach... Ja, aber es ist ein Eigner. Guckt die Richtung nach B runter. Ich bekomme die Meldung, C wird vom Gegner eingenommen. Im selben Moment, wo die weg ist, kommt die Meldung, die Oberung wurde abgebrochen. Und in dem Moment fährt so eins von diesen Hightech-Italienern durchs Bild. Egal, Kill is Kill. Ja, das habe ich bei EL2 ja leider schon. Nein, also... Sie sehen witzig aus, aber diese Command & Conquer Cars im... 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 Sinn... Nee. Hängst du fest? Oh, Scheiße. Braucht ihr Hilfe, oder? Will ihr da stehen bleiben? Ja, der wird da stehen bleiben, okay. Da schießt doch auch was. Und jetzt in dem Line-Ups sind auch diese Science-Fiction Command & Conquer Italiener dabei und... Ich glaube, ihnen hat es erwischt. Und... Was viel schlimmer ist, die italienischen Capture Tanks, die M4s und so weiter, dann tut sie doch bitte auf das andere Line-Up. Dann tut sie doch bitte auf die andere Seite. Aber nicht... Der Schuss kam irgendwo von da. Dann tut sie doch ab. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Die Schuss. Das sind der Schuss. Und ich wollte schon fragen, ob das ein Sitzkrieg wird. Aber von hier kann ich nicht auf C wirken. Die haben auch wirklich überall Steine in den Weg reingepflanzt. Die haben auch wirklich überall Steine in den Weg reingepflanzt. Welches Piepen? Er hat das Propaganda geblabla, ich filter es schon raus. Aber welches Piepen meinst du? Ja. 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 Du bist heute Morgen und Joseph. Und wenden. So langsam wie es fliegt, das ist eine Stucker. Okay, wer beugt sich da warum ein? Ach, das wollte ich nicht. Scheiße. Schiegt der mich? Natürlich! Und natürlich! Boah! Was ist das jetzt? Ich habe kein Reparatur-Kit für den. Willst du mich verarschen? Wie kann der? Ich stehe hier. Ich gucke da drauf. Wie kann der mir frontal aufs Rohr schießen? Das geht nicht. Das geht nicht. Es geht nicht. Heute ist das Spiel nicht nett zu mir. Heute ist das Spiel wirklich nicht nett zu mir. Ja, ich kann nichts machen. Moment, doch. Ich kann noch machen. Vielleicht ist das Spiel. Danke. viel interessanter ist das discord vom flaschenkindl da ist viel mehr los noch kack und ich kann nichts machen außer hier hinstehen und hallo schreiben ach fuck bist du auch drin gut ich mache hier nichts anderes außer die lane und dann könnt ihr sie feindliche truppen haben ein gebiet eingelommen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe noch keinen von den japanern, ich habe noch keinen von den italienern und auf der seite lag ich esse zu viele nüsse ich wollte gerade gucken was die nächste kostet, aber ich kann es mir gerade sowieso nicht leisten weil pleite und so vor allem mit coke, ja es ist nicht coke, also es ist cola aber keine coca es ist die mit der palme ich finde die flaschen einfach schön ich habe noch gar nichts kannonen, was habe ich mit kannonen bei dem ding wieso sitze ich? ich sehe es gleich ich sehe es gleich wenn ich abgehoben bin genau, hauptsache die flasche ist schön, das war druckfarbe, deswegen der komische geschmack jetzt, das erklärt natürlich so einiges so, da wir, äh, was habe ich denn eigentlich dabei äh, 20 mm mit standard munition, 13 mm mit standard munition machen wir einen auf jäger mhm und wir sollten vielleicht ein bisschen die kühlung aufmachen und dann gas geben der rest ist, wie sie sehen, sehen sie nix so, ja so, ja komm, einer von den ponys muss doch fliegen komm, einer von den ponys muss doch fliegen mit nix, meine nix mit nix, meine nix mit nix, meine nix Metalberg, da ich auch mal wieder ein bisschen an den OBS Einstellungen gespielt habe, wie schaut es denn heute aus? Ist es verpixelt oder geht es? Drehen, drehen, drehen. Was bist du? Perfekt, danke schön. Danke, Fuchs und Hase. Ich hoffe halt immer noch, was mich immer noch am meisten irritiert war bei den anderen Videos immer. Das haben wir verloren, da kommt auch kein Flieger mehr. Das vor allem die Kamera verpixelt berauscht war, dann fand ich ein bisschen komisch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. ja ich weiß ich komme bei dem nicht durch aber man kann es ja versuchen du siehst nicht aus wie ein freundlicher flieger du warst kein freundlicher flieger das war gerade ein halber blindflug oder ich versuche ja immer einen luftkampf raus zu machen aber wenn man so ignorant geradeaus fliegt dann sorry das problem bei dem ding ist es 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 das problem bei dem ding ist ich käme durch aber wirklich das fast senkrecht von oben so nicht 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 Kollege warum brennst du Nummer eins und das andere war glaube ich auch ein Feind scheiße wo ist der Jäger ich sehe ihn nicht da war doch gerade eine einmotorige Maschine hier irgendwo scheiße bis die hin okay hat sie hier erledigt das vergessen die meisten Leute wenn sie die 410er fliegen es ist ein Jagdflugzeug es wurde als Ersatz teilweise für die 110er gedacht oder war sie angelacht ja sie hat auch sehr gute Erdkampfqualitäten vielleicht sogar besser als ihre Luftkampfqualitäten aber bei der Bewaffnung habt ihr gerade gesehen wie es die zerlegt hat und das war eine war eine IL2 jetzt in drei teile zersägt und das mit der Standardmonizor weil die hat 420 Millimeter Kanonen ohne so 3 4 und 2 13 4 2 2 13 13 13 selbst die 13 Millimeter sind ja schon genügend für Jäger aber worauf ich hinaus will wenn ihr das Ding habt auch gerne mal geht noch ein bisschen auch mal Jäger spielen ihr kommt vielleicht gegen also Turnfighten gegen andere Jäger würde ich jetzt nicht unbedingt wobei auch das geht was wiederum der Vorteil von dieser komischen Cockpit Ansicht ist boom und zoom mit dem Ding ist ein bisschen schwieriger weil du guckst ja eigentlich einen wunderschönen guten Abend Maltain wie geht's dir? gut durch die Woche gekommen bist ja ist das jetzt eine Endlosschleife das Cockpit ist ja oder die Visierposition ist ja overhead sozusagen und nach oben dementsprechend ist boom und zoom etwas schwieriger weil die man meistens ähm vorhältst äh nicht vorhältst sondern unter also hinten zurückheilst also hinter das Flugzeug ziehst so dass das eigentlich aus deiner Sicht rausfährt fliegt da ist im Turnfighten nichts im Weg was dir die Sicht versperrt morgen noch 3 Stunden und dann ist alles gut heute die Arbeit war also nicht stressig aber ach Malentine hallo ähm war nicht äh war nicht äh stressig im Sinne von dass irgendetwas Schlimmes passiert ist aber ich habe gerade beim Programmieren den Frontteil äh Frontendteil von mir und das bedeutet halt leider Javascript und das ist einfach grausam es ist einfach immer wieder faszinierend wie Browser das teilweise implementiert haben das Geiste war wie der Internet Explorer reagiert hat eigentlich ging es bloß darum dass im gewissen Rhythmus äh Farben wechseln beim Internet Explorer hat das nicht funktioniert bis man die Entwicklungskonsole aufgemacht hat und dann ließ plötzlich ich hab ich verstehe es einfach nicht das macht für mich einfach keinen Sinn das habe ich gerade nicht aufgepasst wo er gepinkt hat äh i i 11 ach bei mir was fährt er denn wir haben vier hier kommt mal ein bisschen die Map mit Ferdinand ach du die menne besser auch nicht schnell läuft sich Ich riskiere mal und fahre hier hin. Ach schade, jetzt wollte ich mich zwischen den Containern verstecken. Da. Fuck! 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 Ne! Drehen! 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 Kann es geben. Ja, das war klar. Natürlich hat er ge... Das hier ist nicht dumm. Da war ich gerade blitz. Ich hätte einfach mehr Geduld haben sollen. Sehr schön! Aber ihr kennt mich ja mittlerweile gut genug. Bei dem Lineup versage ich halt einfach Rappentummer. Es ist halt wie es ist. Ich mag diese höheren... Ich weiß, das ist nicht Heid hier. Das wäre falsch gesagt, aber... Ich habe zwar mal gute Runden, aber so richtig in den Flow komme ich mit den Dingern noch nicht. Wird wahrscheinlich genauso lange dauern, wie mit den Low-Tier-Panzern. Da habe ich ja auch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich halbwegs verstanden habe, wie es geht. Ach, nö. Ach, nö. Ich bin jetzt lang gefahren. Hä? 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 Bin falsch. Äh... Ist das tief oder komme ich da durch? Da komme ich durch. Da komme ich durch. Dich. Im inverse? Ja. Ich bin hier in diesem Restaurant in Saigon, ein paar Wege-Fanzen. Du hast es nicht geholfen. Geh jetzt, während du noch alive bist. Bevor es ist zu late. Du bist hier neu. Und wir können dich nicht glauben, wenn wir dir sagen, wie bad es ist. Es ist der letzte Mal hier in Yoko. Dicht mit den Sperm-Tränen und tallen Gräschen. Haben wir einen Japaner? Nein. Ich habe drüber geschossen. Ich habe drüber geschossen. Ich habe drüber geschossen. Ich habe drüber geschossen. Und es gibt kein Jersey-Cafe. Die Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ich habe gerade auf Verdacht geschossen, dass ich durch die Hütte durchkomme. So, und wo bin ich jetzt? Wo kam die jetzt her? Von der anderen Straßenseite. Scheiße. Shit, 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 shit. Gut. Bis kommen wir mal motorsteuerung. Nein, mir geht der Motor kaputt Seht ihr das? Durch die manuelle Motorsteuerung ist mir gerade der Motor kaputt gegangen Also noch ein Flugzeug, was nicht mit manueller Motorsteuerung funktioniert Ich kann halt immer noch nicht sagen, warum das so ist bei den Dingern Das ist auch Nummer 2 Ich weiß bei dem Ding nicht zu hart nach hinten ziehen, weil sonst setzt die Heckflosse auf Wir haben ein Gebiet eingelassen Das sieht nicht so gut aus Was? Notabwurf für oder was? 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 Wo? Okay Den Hebel hätte wohl schon mal früher jemand ziehen sollen wahrscheinlich Äh, was bist du? Okay, du bist was Freundliches Ich bin gerade eben noch gar nicht aufgefallen gewesen Die Map ist schon schön Aber noch Der hat den Hebel nicht, zieht der Ich bin gerade zum Stützpunkt zurück Äh, fuck Wow, 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 wow Scheiße Noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Flugzeug Kannst du mal aufhören auf mich zu schießen Ich sag's nicht, ich mag das Lein ab nicht Aber das war wenigstens eine Flak Es war wenigstens eine Flak Oder M19 ist eine Flak Von daher, ja Darf, darf passieren, darf passieren Und natürlich war das eine Runde Wo ich einen Forschungsbooster drin hatte, oder? Ja Schön Feuerwerk Ich bin mal ganz kurz Toilette, ich bin gleich wieder Ich bin gleich wieder Ich bin gleich wieder Maltein, danke fürs Reinschauen Ich wünsche dir eine schöne Woche Falls wir uns nicht mehr sehen Großes Fest und guten Rutsch So, wie viel haben wir es noch? Ja, wir können noch ein paar Runden Heute wird nicht ganz so lange gespielt wie sonst Und heute auch Maltein Normalerweise mache ich ja immer so Dass Leute gerne mitfahren dürfen Aber heute In dem Line-Up Muss ich für mich alleine sein Und ich muss das selbst erst mal reinfinden Also entschuldige Oder war das mit Bimse weg Dass es dich im Match auch erwischt hat? Fuchs und Hase Eine kurze Frage Ich habe dir gerade einen Webbrowser offen Wenn du noch da bist Hast du mich gehostet Und ich habe es nicht gemerkt Oder hast du Autohost drin? In jedem Fall danke dafür Ich sehe hier bloß, dass mich sieben hosten Und 14 Autohosten Und du stehst bei Hostet mich drin Nicht bei Autohosts Mit das Systeme wiederum Ob du mich gehostet hast Oder ob das ein Autohost Das sind beiden Fällen danke Ich frage nur, weil ich weiß Dass Steam Labs Also diese Alerts Mit einem Autohost Problem hat Aber Hosts eigentlich anzeigen sollte Und es ist ja auch so Dass nicht nur ich Durch dich dann eventuell Zuschauer bekomme Und du auch Werbung für dich machst Was ja vollkommen legitim ist Was ich hier auch nochmal Guck bei Fuchs und Hase rein Aber einfach nur um zu wissen Ob mein Alertssystem gerade mal wieder fehlt Grüßt der Autohost Gut, okay Wie gesagt, danke dafür Ich wollte bloß sicher gehen Dass mein Steam Labs Alert Nicht gerade wieder ein Hat Wie gesagt Auf der Twitch-Seite steht ja Hosts und Autohosts Und du stehst halt mit Sieben, äh mit sechs anderen Bei Hosts drin Ja Das System Manchmal Und hier ins E Dankeschön Nein 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 Oh Hä Was ist das? Ah, M36 Könnte es nicht so machen Das Ja, ja, nee Das ist Ich habe auch Autohosts Ich glaube, die glaube ich auch bei der Autohosts Das ist ja halt Zufall Wer da gehostet wird Ähm Wie gesagt Mir ging es rein Um einerseits Wollte ich nochmal Werbung für dich machen Nein Ähm Mir ging es hauptsächlich darum Dass du eben bei Twitch Im Dashboard mir als Hostet mich angezeigt wirst Und nicht als Autohost Und dann wollte ich eben nur sicher gehen Nicht, dass hier mein Alert System Nicht funktioniert Ich habe zwar eigentlich auch Steamlabs gesagt Es soll bei Autohosts auch das Äh Machen Aber Macht es nicht Da ist Steamlabs noch irgendwie Genauso bei den Veids Also irgendwie haben sie es noch nicht ganz auf die Reine Da ist ein Science Fiction Auto Also Und dann geht's Und ich habe jetzt die beschissenste Position, die man zu diesem Zeitpunkt des Spieles haben kann, weil ich gelabert habe, ach scheiße, da sehen wir die Flank-Operationen eines Command & Conquer Autos, während ein, ah ne, den Camp Noob, das ist ein ST, was hat er gerade geschont, was hat er Bombe geworfen, ich sehe es nicht. Der Grizzly, ach du scheiße, ich will nicht, Mami, ne Grizzly. Ja, und da geht der M36, ich habe ihm gesagt, er soll seine Position spammen, aber er wollte ja nicht auf mich hören, ich habe es ihm gesagt, habe ich es ihm gesagt, ja, ich habe es ihm gesagt. Hallo Tiger. Ich bin mal weg hier, bevor die Grizzly wiederkommt. Tiger, ich würde mich da wegbewegen. Wo ist denn der Tiger? Viel Spaß, erfrier dich nicht. Wobei, er ist ja wieder wärmer geworden. Er friert dich nicht. Er friert dich nicht? Hallo Tiger. Wo? Zu kurz. Zu weit. Treffer auf dem Kanonenrohr, was ihm absolut scheißegal ist. Toll, der Tiger ist tot. Warum soll ich einen Durchschlag haben? Ist ja vollkommen scheißegal. Feuer bereit. Feuer bereit. Kein Bösschlag. Deswegen mag ich das leider nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach... Ich kann machen, was ich will. Ich habe... Bäng, 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 bäng. Ach, daneben. Das war jetzt nicht nett. Wer war das? Das macht man aber fein nicht hier. Einfach auf dem... Ach, von hinten. Ich dachte, da wird man safe. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich dachte, da werden wir safe. Scheiße. Langsam nach hinten... Wir haben ein Gewicht eingenommen. Entschuldigung. Entschuldigung. Auf die ausgewiesenen Koordinaten. Rechts auf die ausgewiesenen Koordinaten hoch telefonen muss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da rollen wir mal wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Spawn Camper! Fick dich ins Knie! Wirklich, nur Spawn Camper! Hinterm... Ach scheiß drauf, das ist... Es ist nicht gut für die Nerven. Dieses Line-Up ist einfach nicht gut für meine Nerven. Einen Panzer haben wir noch zum Verheizen. Zonen-Up. irgendwas muss ich mit dem ding doch machen können Don't drive that shit Okay, so we're going to have to go Vielleicht kann ich auch mal Jäger spielen. Ich kann mich auch mal Jäger spielen. Ich sollte nicht so viel tippen, sondern mich mehr aufs Fliegen konzentrieren. Ach, der spielt auch Jägerscheiße. Okay. Somit jetzt wird das Thema auch erstmal erledigt. Okay. Ich bin bestimmt gerade mit meiner Ansicht nicht. Irgendwas schießt auf mich. Reflag. Oh fuck. Hier wird mein Hinterteil aufgesetzt. Yippee. Hier. Hier. Wo ist der hin? Hier. 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 genau deswegen genau deswegen genau deswegen diese pisse drecks huren arschlöcher und geil schön macht nichts dagegen also hier sind 16 18 spielstotten vielleicht dann und cccp kann einfach nichts anderes außer spaw und campen ist leider so ich probiere mal die 08 15 taktik und stelle mich dahin weit habe ich ja glück so Vielen Dank. 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 Nein, 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 nein mir war doch so dass von da einer kommen muss oder ich habe keinen durchschlag ich habe wie kann der auf mich schießen die ausgewiesenen sektor Natürlich, der T4-8, natürlich. Und ich habe nichts dabei, um zu bombardieren. Doch, nein, habe ich nicht. Scheiße. Warum, 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 warum? Punkt B verteidigen. Mit was denn? Keine 8 Minuten rum, wir haben das Spiel verloren, weil wir keine Chance haben als Achsenrechter. Es ist einfach, es macht keinen Sinn. Sie ändern aber auch nichts, die Volkförsten. Sie ändern aber auch nichts dran. Sie ändern aber auch nichts dran. Ach ja. Und es wäre so einfach zu ändern. Egal. 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 Geht zumindest mal ein bisschen eine andere Map, Aufteilung. Das mit den zwei Punkten hatte ich sowieso, das sollte ich eigentlich sowieso gleich raus, weil das endet sowieso immer im Spawncampen oder die Gegner überrennen nicht. Egal. 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 unglücklich wo soll es müssen wir auf irgendwas aufpassen und hier 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 Hat er eine rechte super Hellcat auf Entfernung? Respekt Zu wenig Schatten Er kann noch fahren Wieso konnte er noch fahren? Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen Ich hab einfach kein Glück Mumpel einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir Willkommen im Hörner Eis versiebt alles Stream Boah 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 Loan Broah Boah 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 nazi scheiße kam ich bin halt der profi bäume knutler das ist am boden man wie viel pech kann ist den 18 zu 99,9 prozent aus dem gefecht gesetzt und dann hier ist 2 ja ich weiß ich guck doch beim fuchslein haben so zu wir haben eine ente in der luft und dort kann ich jetzt wo ich bin gerade etwas irritiert black widow ich konzentriere mich mal geschwind auf die black widow so die übrigen vorbeigehen man mitgenommen ja genau 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 so genauso genauso du hast irgendetwas verloren ich weiß nicht ob das ausreicht mal gucken ja jetzt nicht die ihr zwei fliegt noch die l2 fliegt doch wirst du mich verarschen endlich du bist eine ente so wer ist jetzt die p 51 ich dumm ich dumm ich dumm das war mein fehler ich habe versucht gegen eine 12 k frontal zu gehen noch so n spawncamp Oh neee! Wir haben ein Gebiet eingenommen! Sonne! Warum? Warum? Warum lässt Gaijin die Scheiße zu? Warum? Ich versteh es nicht. Macht doch keinen Spaß. Wenn alle Punkte eingenommen sind, von mir aus, dann stürme ich auch ein bisschen weiter nach vorne, aber... Der steht da und bewacht keinen Punkt, der bewacht einen feindlichen Spawn. Klasse Leistung, da treffe sogar ich was. Na, ich habe wahrscheinlich einen Abpraller, aber ich würde was treffen. Entschulde ich das Satz. Entschulde ich das Satz. Jetzt wollte ich eigentlich eine rauchen. Heute mögen sie mich wirklich nicht. Dann fahre ich da hin. Jetzt habe ich den falschen Panzer für. Ich habe auch viel zu viel Munition dabei. Ich habe auch viel zu viel Munition dabei. Ja, schon, aber sorry. Ja, schon, aber sorry. Sind sie nicht süß? Klasse Licht. Hahahaha. Einen roten Dotterbau. Ja, du wirst einen Mg. Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum Glück ist Partizel noch nicht da, dann sieht er gleich nicht, was ich mache. Um... Und wie habe ich die Position hier anders in Erinnerung? genug getippt kämpfen wir mal ein bisschen ja das ist schon die position irgendwas stimmt hier an der position normalerweise aber das war so klar dass diese verfickten schnellen scheißdinger aus dem vietnam krieg das ist einfach eine seuche dieses land das hat mit simulationen nichts gar nichts zu tun das ist irgendwie irgendwelche panzer zusammengeschmissen und da hat spaß herr klein rb spielen sorry das ist jetzt nicht falsch verstehen sorry ich weiß mit rb ich weiß du spielst gern aber ich spiel ja sim für simulation dann habe ich auf meiner seite capture tanks die ausschauen als wäre es der feind ich habe panzer die von 1960 oder später sind die rumeiern während ich hier mit einem 1943 42 panzer rumeier mit einer maus 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 oh fuck kann nicht markieren warum schuldigung und das war acht siebeneinhalb minuten im spiel in das ist noch nicht mal mit oder wo die auf der minimap schon immer und hallo wie wiesel auf der minimap kann ich schon immer markieren wie wiesel wie geht es dir wenn ich ein faires duell habe und verliere mein gott scheiß drauf da rege ich mich auf dass ich ein abprall habe oder sonst irgendwas aber das war ja gerade kein faires duell das war ein abschlachten da kann ich mich auch gleich hinstellen und ein neonsein über mich drüber stellen und sagen guck mal hier bin ich konzentriert konzentration ich habe jetzt schon das ist jetzt schon für mich zu hoch das ist jetzt schon dieses line up ist für mich pures salz ich versuche rein zu kommen ich versuche es aber jedes mal wenn ich denke ich hab's passiert sowas wie eben mit dem spawn camp mit man kann doch irgendwo die winrate mit dem panzer sehen oder klick 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 hier guckt es ist einfach ja das habe ich schon mal im Patch gesagt die sollten lieber mal ein Patch machen wo sie sich um Bugfixing kümmern im Großen und ihr Spiel in Ordnung bringen und nicht ständig neuen Content draus bringen weil neuer Content ich weiß nicht wie lange sie damit die Spielerzahl halten können bzw. momentan ihr Vorteil ist halt sie haben keine Konkurrenz und ich spiele es ja weil ich es gerne spiele ich reg mich ja auf über das Spiel wie es gerade ist weil ich es gerne spiele würde ich es nicht gerne spielen würde ich mich auch nicht drüber aufregen weil dann würde ich es nicht spielen ich hoffe ihr versteht die Logik aber der aktuelle Stand ist einfach dann nö nö falsch gefahren, falsch gefahren. Ach, ich stelle mich in den Schatten, auch wenn ich dann zur Seite offen bin. Und was ich auch nicht verstehe, ist bei diesem Lower Height hier, dass du so oft diese AB-Map also zwei Punkte-Maps bekommst. So oft. Ich sehe meinen Tod schon von da kommen. Oder von hinten. Ja, ich weiß. Also ich habe Mein erster Account ist von 2010 11 Ich habe diesen Account neu gemacht, weil 2017 der VR Patch kam. Das gefällt mir gerade nicht. Und weil sich so viel verändert hat, habe ich gesagt, ich mache einen neuen Account. Und ich bin eigentlich nur geflogen. Ich bin eigentlich primär Flieger. Panzerfahren bin ich durch Flaschenkindl dazu gekommen, weil sie die Ecosystem, das Ecosystem Totalverkunft haben im EC. Ich bin ja am Montag eineinhalb Stunden geflogen, habe auch überlebt, habe auch was gerissen und habe ganze 75.000 verdient. Ne, zweieinhalb Stunden waren es sogar zweieinhalb, ne eineinhalb, auf jeden Fall viel zu lange. Er hat mich Flaschenkindl zum Panzerfahren gebracht und ich bevorzuge immer noch das Fahren. Das SIM-Panzer ist, ich mag es beim Fliegen, aber das Panzerfahren selbst ist ja nichts anderes wie RB ohne Marker und eine andere Sichtposition. Aber ansonsten verhalten sich die Panzer ja absolut gleich. Gut, man hat das beschissene Spawnpunktesystem nicht, was ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von bin. Aber das ist wieder so persönliche Präferenz. Aber ansonsten sind die Dinger ja im Prinzip von den Stats und allem gleich wie bei RB. Während beim Fliegen hast du ja schon einen gravierenden Unterschied. Und einfach das Balancing, was sie hier haben, ist einfach total von Arsch. Schön, danke. Du hast mir gerade mal ein Ziel getötet. Wie kann man ein T-44 verwechseln? Ja, dann das ist unsere. Wow. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ach fertig okay umsonst weg bewegt das ist okay ja das ist das war sich das beim fliegen ist aber es ist ja bei jedem flugzeug so dass mehrere motoren hat das im prinzip ja gut die die amerikanischen zwei motorigen die kannst du gerade noch so zum flughafen retten aber der rest ist tot sobald ein motor beschädigt ist was eigentlich quatsch ist weil man hat der rett und dann motor eingebaut damit man eben was bist du denn was warst du ja fuck it 1 spawncamper weniger allerdings kann ich beim fliegen damit leben weil beim fliegen weiß ich wenn ich getroffen treffe ist der gegner in der regel tod und umgekehrt und ich habe auch mal rb-panzer versucht genauso wie aber dadurch dass du eine andere sicht hast also dass ich hier jetzt zum beispiel hier so halb um die ecke gucken kann weil passt das spiel des panzerfahrens wie ich es mir angewöhnt habe vorne und hinten nicht zusammen das ist blöd noch ein bisschen mehr und der sieg gehört uns was ist denn das heute mit den kamikaze fiesigern ich habe ja auch das panzer paket von ihr zwei das bin ich ja auch noch nicht mal gefliegt wo letztes mal heilige runde war wo ich gesagt habe nein ich will und tschüss ich bin mal gespannt wie die sim community sich hält weil ich bin die panzer probe gefahren es macht einen heiden spaß ist natürlich um einige schwieriger weil du halt nicht hier sox sondern da unten und wenn du da hoch willst wo du jetzt sitzt musst du klappe aufmachen bist verletzbar und es gibt ein gunner und ein fahrer und blablabla und ein durchschlag ist gleich tot bin wirklich mal gespannt wie die sim community sich weil wir haben ja schon im prinzip beim fliegen einen haufen zu ihr zwei von oben bin mal gespannt und wie gesagt in der regel macht mir das spiel ja spaß sonst würde ich ja nicht spielen also ich spiel es nicht nur weil es kosten ach zu spät jetzt habe ich gerade glück mit dem normalerweise habe ich an den stellen über einen abprallung um ja Okay, jetzt habe ich wieder eine Runde, die halbwegs läuft bisher. Ich habe jetzt aber auch nicht gelesen, dass ein Alex dort ist. Lange aus, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ey, ja und nein. Eine Sekunde. Es kommt sehr stark auf die Map an. Es kommt sehr stark auf die Map an und auf die Lineups. Ich habe in dem Lineup nur deutsche Panzer. Ich bin da noch nicht so weit auf der Alliierten Seite. Und alle Panzer, die du mitnehmen kannst, sind sehr, sehr langsam. Erik, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wie liefst du auch mit dem Schiff, ist er versenken? Fehler in der Matrix, ja, ich habe gewonnen und ich bin Platz 5. Ja, ich weiß, Fehler in der Matrix. Oh, ich habe einen Panther 2 erforscht, sehr schön. Kann mir aber gerade nicht leisten. Nein, nein, wir haben gleich den Tiger 2, bevor sie ihn rausnehmen. Ich zeige dir gleich, was ich meine, kleinen Cross. Also du hast, gut, die Italiener haben jetzt ein paar schneller, aber du hast die Panther Reihe, Tiger Ersatz im Zehnen, ist halt ein Kauftiger Reihe, Brum, Bär, Nashorn, Panzer, Jäger, also Jagdpanzer, Jagdpanzer, aber das sind alle, die haben Durchschlag, die haben Panzerung, aber sie sind halt langsam. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel 18, da würde ich auch vorbrechen, da wäre ich auch schnell, weil du bist schnell. Das Ding macht 72, während der Panther A macht in der Spitze 55. Das merkst du, das merkst du. Von daher kommt es ein bisschen drauf an, im Verhältnis zu RB oder AB ist es mehr Campen. Ja, einfach aus der Tatsache heraus, du siehst ja überhaupt nichts, du weißt nicht, wo dein Freund ist, du weißt nicht, wo der Feind ist, also du kannst nicht einfach durch eine Stadt durchfahren, blind, weil du auf dem Map siehst, dass links und rechts Leute von dir sind, also kann da ja rein theoretisch nichts sein. Das geht halt nicht, weil ich weiß nicht, ob links oder rechts Freunde von mir sind, also weiß ich nicht, ob da eventuell ein Feind ist, von daher fährst du vorsichtig, langsamer und so weiter und so fort. Also, warum hat sich gerade mein Monitor ein- und ausgeschalten? Okay, das muss einem liegen. Ich sage immer, probiert einfach jeden Modi aus. Ich habe alle ausprobiert. Wie gesagt, wie ich gerade vorhin schon erzählt habe, fährst du? Ja, fährst du? Nein, ja, langsam, komm. Ich habe alle ausprobiert. Ja, langsam, komm. Ja, einfach nur ausprobiert. Halsi, Ghoster? Nein, ich habe alle ausprobiert. Du hast sie ja aufgehört. Du hast sie ja aufgehört. Ja, ich bin echt nicht, ich bin echt. bei mir hat es gerade einfach nur einmal geflackert von daher diese spielweise muss einem liegen es ist oft ein geduldsspiel oder wenn man wie flaschenkindl hat schon mehrere tausend stunden spielzeit hat in dem modus und man weiß wo man hinfahren muss wenn man weiß von wo der gegner kommt dann kann man auch ein bisschen offensiver fahren die erfahrung habe ich noch nicht und wie ich ja auch schon ein paar mal sagte ich bin halt eigentlich ein flieger ich spiele modus ja bloß weil sie gerade den flugmodus verkackt haben also dass der grad scheiße ist und keiner mehr spielt natürlich sieht er mich natürlich sieht er mich und nicht jemand anders wirst du mich verarschen ich bin so tot ich bin so tot ich bin so tot wo sollen hin ok er ist tot habe ich ihn erwischt nein ich habe ihn nicht erwischt weil ich sterbe nicht irgendwann also auch diesen modus fahre ich eigentlich hauptsächlich wegen fliegen hört sich komisch und ist aber so müssten wir auf irgendwas aufpassen wir haben ist das dabei ist das sind gemein die sind ein bisschen aus wie auch wenn schießen die im ersten moment sehen die kurz aus wie ein t 44 ich bin voll ich mir Sprachs und wird wahrscheinlich gleich abschmieren. Und im Fliegen ist beim Sim halt der größte Unterschied. Das ist nicht nur, dass du an die Cockpit-Sicht gebunden bist, sondern das gesamte Flugmodell ist anders. Die Werte der Flugzeuge sind komplett anders. Du hast keine Marker. Von daher ist es, wie gesagt, das ist der Grund, ich kann alles schießen, was in der Luft ist. Das heißt, ich muss schnell in Höhe gewinnen, weil da ist schon einer. Ich bin mit der Kurfürst mit dem 109K noch nicht ganz so Freund geworden, wie mit den anderen 109ern. Noch mag ich sie nicht. Noch ziert sie sich. Okay, wie kann man einen Panzertiger mit Ferdinand erwischen? Okay, der hat mich noch nicht gesehen. Das bin ich aber so blind geflogen und hab gar nicht... Ich glaube, jetzt hat er mich gesehen. Ich habe gerade ein bisschen die Befürchtung, dass ich zu zielflexiert bin und den Rest übersehe. Ja, komm, noch ein bisschen hochziehen, noch ein bisschen hochziehen. Scheiße, das ist was zweimotoriges. Okay, da ist hin. Ich habe aber viel zu viel Schuss gebraucht. Bin ich nicht von der Typhoon erwischt worden? Wo ist die Typhoon hin? Jetzt schwören mich, ich habe einen Typhoon erwischt. Ich bin der Einzige mit dem Luftkill. Ist der abgeschmiert und ich habe es nicht gesehen. Japaner. Jetzt muss ich wieder aufpassen, jetzt haben wir wieder einen Haufen Luft. Wo war ich denn vorhin beim Labern? Wie gesagt, die Modis... Du verlierst nichts dadurch, dass du die Modis mal ausprobierst. Ich habe auch RB eine Chance gegeben, ich habe auch RB eine Chance gegeben. Hatte mehrere Matches versucht und einfach festgestellt, es ist nichts für mich. Ich möchte diese Ungewissheit, dass links oder rechts was neben mir ist. Ja, ich salze viel. Aber wie gesagt, das liegt hauptsächlich daran, dass ich das Spiel gern spiele. Und ich die Befürchtung habe, ich habe ja leider bei EC auch recht gehabt, dass der Modus ja mittlerweile eigentlich so gut wie tot ist. Und hier habe ich halt leider auch die Angst, dass wenn sie nichts machen und so tun, als wäre alles schön und gut und einfach nur neuen Content bringen... Ist das ein Airfield Camper? Ähm... Dass dann das gleiche Schicksal auch diesem Modus passiert und das wäre schade. Das ist der Japaner, oder? Och Mann, der hat einen erwischt. Den habe ich nicht gesehen. Okay, Respekt. War ich zu weit weg. Hallo, Marcylius. Äh, hier gibt es die sterbende Diva, ja. Schwagen nicht, aber die sterbende Diva. Oder man könnte auch einfach sagen, da meckert der Schwab. Marcylius, wie geht es dir? Gut durch die Woche gekommen. Wie war dein Salz in RB gestern noch? Verwöndernde Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Wie lebt's mir sehr Clement. Gebt's mir sehr gut. Ein Gebiet wurde von 30 Gruppen eingenommen. Hey, ich binən. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man sollte nicht auf Flugzeuge schießen, das macht man einfach nicht. Man schießt einfach nicht auf Flugzeuge. Das ist böse. Das Ding brennt. Hier will keiner für sich Eigenwerbung machen, muss ich das gleich wieder machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade. Da kommt sicherlich noch ein bisschen mehr bei rum. Mein Problem momentan ist einfach, ich habe noch nichts dabei, mit dem ich Bodenziele angreifen kann. Guck mal, nächstes Problem mit ZDF, die Crews leveln langsam, das ist grausam. Gut, ich erspare mir hier im Prinzip Scharfsicht bei jedem Panzer, weil das brauche ich bei ZDF nicht. Das klingt gar nichts. Ist die MiG-19 so übertrieben gut? Von den Düsenjägern, da erforsche ich jetzt meinen aller, allerörsten beiden Deutschen. Okay. Äh, kein Teamkiller, den ich kenne. Das passt hier nicht rein, dieses Command & Conquer K. Es passt hier nicht rein. Nein! Guckt's euch an! Guckt's euch an! Nein! Haha! Schaffe ich's um die Ecke, schaffe ich's um die Ecke, schaffe ich's um die Ecke, ja ich schaffe's um die Ecke. Du hast alles mögliche, was irgendwie Zweiter Weltkrieg ist und dann spaced hier so ein Command in Conquer Car durch die Gegend, das ist einfach Ja, nein Irgendwie habe ich gerade das Verdacht, ich bin hier falsch gefahren Das ist wieder so ein Teamkill, wo ich sage, wie geht das? Wie kann man einen Jagdpanzer falsch? Äh, die Horten Äh, die Schwalben, also die, ja, Horten Die Rakete, also düstenlich ist ja falsch, ist ja Rakete Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten, wir folgen Ich bin hier absolut falsch, ich bin gerade absolut falsch Was ist denn los mit mir? Ich sollte als Panther nicht hier lang fahren Aus, Pfori Ich fühle mich hier gerade absolut unwohl Ach, hallo Das fühle ich mich nicht mehr ganz so unwohl Da denkt sich bloß, was macht denn der Depp da? Uh, stopp Äh, die, ähm 163, also die Raketen Dinger Komm jetzt, ach Genau Oh, ich habe Schießen Sinn Ich habe Schießen Sinn Ehm, wir οι Los Angeles Aus, Temlegen Du hast doch geschossen, oder? Oh, fuck. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Böse, 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 böse. Ich fahr in die falsche Richtung. Ich fahr immer noch in die falsche Richtung. Ich sag, ich bin hier auf der Seite. Normalerweise bin ich immer auf der anderen Seite. Deswegen bin ich hier gerade etwas verloren. Kann ich mich hier verstecken? So, ich bleib jetzt hier hocken. Hier sieht mich keiner. Ich bin nicht da. Nein, wo geschickt. Ich bin die falsche Richtung. Ich bin nicht da. Was ist denn los? Oh, fuck. Äh, jetzt bin ich nochmal viel beschissener gefahren. Ich depp. Oh, was mach ich denn? Sag doch was, wenn ich hier scheiße baue. Lass mich doch hier nicht einfach umfahren wie der letzte Vollpfosten. Ah, hallo, ich seh dich. Okay, Nummer uno. Abpraller. So hoch. Ach, die Sau hat sich versteckt. Nein, auf den da komme ich nicht. Bin ich... So viel höher? Okay. Und jetzt? Äh, ja. Ich bin eigentlich so gut wie tot. Ich kann mich hier nicht wegbewegen. Oh, das Zoom-Missstück hat sich bewegt, oder? Ich bin hier zerstört. Oh, scheiße. Ah, fuck. Und wo kam das jetzt von hinten? Natürlich von hinten. Von wo auch sonst. Natürlich sind die alle beim Spawncampen. Ah! Augen auf die aufgewiesene Korn in Erdo. Mal gucken, ob ich noch irgendwen erwische. Fuck. Ich bin tot. Ich bin... Scheiße. Hallo Philp. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Fuck. Fuck. Hallo, warum hat sich mein... Ach, Tonnen die Grenze. Okay. It's Philips. Wie geht's dir? Gut durch die Woche gekommen. A bit of German. Okay, I can speak a bit of English. So we'll meet in the middle. How are you? How was your week? Du bist Philipp? Yep. Makedonian. How's the weather down there? Cold? Langsam. Look, look. 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 I live in South Germany, near Stuttgart. And we had Sunday, a bit snow. And the last days, we have just rain, 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 rain. Do you play War Thunder 2? Um... 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 Eine Sekunde. Okay, jetzt ist es vorbei. Nazis sind verboten. Denien des Holocaust ist verboten. Und die Symbolen der Nazis sind verboten. Ich muss sagen, dass die Gäste in Deutschland sind. Normalerweise könnten die Gäste haben die Svesca und so weiter. Aber so far haben sie keine Gäste benutzt. Wargames sind relativ normal. So lange, dass du nicht den Regime und die Stupidität dieser Svesca. Dann ist alles gut. Wargames sind 12 oder 13? Okay. Eine Sekunde. Wo? Wo? Dass die immer wegbricht. Warum bricht die? Nein, 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 nein. Nicht passiert. Hast du einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ja, für Philipp. The stupidity of Nazis is big. So most of the stupid assholes don't hide and show it in public and deny it in public and do shit in public. Er stellt Fragen, ich beantworte sie. Und ich habe das schon öfters gehört, dass viele nicht verstehen, wie wir damit umgehen mit dem Thema. Weil es bisher noch keine andere Nation so gemacht hat, wie wir. Hamburg, that's completely the opposite of Germany from here. It's 800 km? 1000? I don't know. Hast du, wie geht's dir? Hamburg ist ein beautiful city, I have to say. Hamburg ist ein was hast du eigentlich an Weihnachtsstress mit kinder und eingebraucht und so weiter schon hinter dir? Und Philipp, we have a saying in Germany, I don't know if it's German saying, it's saying, um, the grass at neighbor looks always greener. So, it's still grass, but it looks greener, so, hmm. It must not be better here or there. We have other problems. Eating hamburger in German, in Hamburg, yep. Kekse gebacken. Habt ihr gesehen, was mir Brisa geschenkt hat? Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Wir sind bereit und eingelassen, der Lennig bleibt die Idee zu tun. Kein Gebiet wurde von verbündlichen Truppen eingenommen. Mist, ich hab kein Ganzes mehr. Ja doch da. Eichhörnchenkekse. Eichhörnchenkse. 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 shit. Böse von Armut. Ehm. I know the problems. Ehm. Oh shit. But, I'm really positive that all will get sloathed. I don't think. Hmm. The possibility that it happens again is I hope at least. Fuck! Augen auf die ausgewiesenen Koordinatoren! Augen auf die Karte! Ehm... Do you mean the... the lookalike of the optic or the optic itself? One sec. I need to concentrate. ehm... Fucking spawn camping... First. ähm, ich will post den Link in dem, ähm, after the match Ah, oh, fuck off Ah, oh, fuck off Of course, of course Arschloch Entschuldigung Ja, Sturmpanzer, but in Sim you can't decide what tanks you have War Thunder Live Um, depending on what you're looking for at the moment, everyone thinks we dominate and do anything and blablabla, that's too political, ähm, critical topic, critical, if it gets too Was ist denn deine Tagesbelohnung? Ein Gebiet wurde von 20 Truppen eingenommen Nichts keine, man, nur eine Motorsteuerung, 190er keine Ach, die Einlogbelohnung, okay Ah, fuck it 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 Viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Now, if you look at the damage model, I started to do manual motor control with this controller. And some of the German planes are bugged, so the moment you put manual motor control into place, the motor gets damage and dies. That's why I did land. Do I have to do something like that? No. Hello? Okay. Irgendeiner bin ich schon noch. Na, komm. Wir müssen dem Feind ja zusetzen. Sie sind dabei zu gewinnen. Thank you. You're welcome. Is your English enough for the text which was standing there? Your German, not your English. It means give your cookies to, let's say, pasta today. Milk is on the other side. But your cookies gone now. Just kidding. Oh, fuck. Oh, fuck. Hmmm. Hmmm. Ich vergaß die 12 Cards. Ich vergaß die 12 Cards. runde zum vergessen nicht mein line up das ist das line up weißt auf wie ich dieses line up hasse was a 190 this one 190 a5 u2 und das war ein stupid für mich ich sollte besser wissen, dass in diesem game 12 karts killen alles und diese verfickte stealth munition das gab es die überhaupt gab es munitionskürze ohne ohne leuchtspur ich darf es eigentlich gar nicht konflaschenkindle heute eigentlich auch noch oder gab es ok dann will ich nichts gesagt haben dann will ich nichts gesagt haben noch drei runden dann sind alle drei tage vier tage vier tage ich muss halt wieder geld sparen und alles weil ich mir verkauft habe ich deb aber dann haben wir auch genug vor es sei denn ich vergebe mal eine runde ich habe den p40 leoncello die p40 leoncello ich habe es bereits im Anfang dieses Jahr im Anfang dieses Jahr etwas im Anfang dieses Jahr und ich liebte es load hier ist natürlich immer der gleiche es ist ein bisschen wie ein ein bisschen in der ass was ich nicht mag ist dass diese Leute fliehen hier mit der Command & Conquer cars und ihr driving World War 2 tanks es ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen Illusion breaking es ist aber wie ich sagte in sim man kann wählen so man muss fliehen was man bekommt und ich muss ja sagen in den letzten runden bin ich zwar gestorben aber ich bin fair gestorben also aus dummheit von mir halt das ist auch so eine Spawn Camper Map oh shit und viel wichtiger hast du ich habe vorhin nur gesehen es gibt ein x4 patch was macht ihr eigentlich das ist schon was das ist das ist nicht das ist das ist ich φωt das ist was Ich ein ist Da wollte ich schnell einen Schott umstellen, ach ich depp. Ich habe die ersten Lothier-Tank, ich kann sie dir nach dem Rund zeigen, wenn du mir das mal vertreten kannst. Aber ich habe jetzt drei Tanks. Ich sage, nein, 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 nein. Was ist das? Was ist das? Okay, das galt mir von oben. Die hören sich an, als wenn sie über mich drüber gehen würden. Der Feind hat die Initiative. Ah, f**k, Moment. Dann musst du warten, bis zum nächsten... Ah, Sunday, ich kann nicht. I don't know, do you know the rules of sim battle, how you... the lineups are made and what the rules are? Ich fahre hier gerade wieder einen scheiß zu sim. Ich hab's kommen sehen, f**k it. Ja, der steht da gut. Scheiße. Hi, Falkus, wie geht's dir? Gut durch die Woche gekommen. Danke für den Follower. X dabei hast du abgeben, ich gib's links. Oh, s**t. Okay, hat's schon gesehen. Let's training. Most of the time I kill nothing. Also hast du, ich hab's zumindest in meinem... Oh, f**k it. Oh, f**k Es ist nicht ein russischer Tank, es ist eine f***ige Möglichkeit, ein Camp zu spawnen. Viele Fixes und ein Online-Future in der... Online-Future? Online-Online. Online-Future auf die Karte! Okay. Und das heißt, wir könnten es zusammenspielen, hast du? Jetzt wird es schwierig mit dem Ding... Ich brauche etwas, was Bodenziele kaputt machen kann. Ja, das ist was ich meine. Und das ist... Sometimes, es ist das hier. Okay, ich habe zu focussen. One second, sorry. Er war doch da... Oh, scheiße. Bubu Spotty Place? Okay, mein Name. Willkommen im... Was ist das? Was schießt da auf mich? Wie kann ich es nicht auf mich? mein micro avancen Wir müssen dem Fein mehr zuläpfen. Sie sind dabei zur Rebelle. Mein Gebiet wurde von Feindlich-Truppen eingenommen. Wir haben eine Niederlage, eine Luftfliege zurück zur Basis. Jetzt hörte ich mich wieder. Philipps, die dritte Mal. Du musst nicht abonnieren. Ich hoffe, du hörst mich jetzt. Danke für die Folge, danke für mich hier. Das ist alles. Ich habe die Affiliate-Programm, Chess, dass du die Möglichkeit hast, eine höhere Qualität in meiner Stream. Von der Bildung, nicht von dem Content. Das ist alles. Ich habe noch Garantie drauf. Deswegen... Ich muss es bloß mal einschicken. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich verstehe es einfach nicht. Wackelkontakt kann es ja nicht sein. Weil ich wackele jetzt hier an dem Mikro rum, ich wackele hier an dem Kabel rum und nichts passiert. Also ich wackele und wackele und wackele und wackele und wackele. Es passiert nichts. Das Mikro setzt einfach aus und ich habe ja hier keine Vibrationen. Also am Anfang, wo ich das Mikro neu hatte, bin ich ja Dirt Valley gefahren mit Lenkrad, wo ja wirklich der Tisch fast mit vibriert, äh mitspringt. Ich weiß es nicht. Ja, muss ich machen. Ich weiß. Das Problem ist, ich finde die Rechnung neben mir. Das ist mein Problem. Beziehungsweise ich habe es glaube ich registriert. Also eigentlich. Eigentlich müsste es über die Registration eigentlich so funktionieren. Ich werde nach dem Steam direkt eine E-Mail schreiben an Support. Da Philips jetzt weggegangen ist, muss ich jetzt auch nicht mehr die Italiener zeigen, die ich habe beziehungsweise nicht habe. Ich habe ja schon mal ein Support-Ticket geschrieben und dann ging es ja wieder eine Weile und jetzt hat es halt wieder Aussätze ohne Ende. Noch zwei kostenlose Reparaturen. Also noch zwei Matches vielleicht. Was ich mir auf die Liste gestellt habe, ist, dass ich nicht immer alt habe, wenn ich rauche oder sowas, dieses von diese Twitch-Ding, da wo du Knopf drückst und setzt in OBS dein Ding um und bla. Da. Da. In der Hoffnung, dass ich schnell genug an dem Punkt bin, wo ich hin will. Und ich strebe mich schon wieder eineinhalb Stunden länger, als ich eigentlich wollte. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. ich tippe jetzt nicht ich tippe jetzt nicht ich tippe jetzt nicht was wie ich bin schuld ich hab dich gesehen wow fuck ach ich vergaß dass die auch scheiße wieso bin ich jetzt schuld dass du nicht spielst jetzt bin ich gerade langsam kommt der punkt wo ein gebiet wurde von feindlichen schuldig Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Natürlich, natürlich. Ey. Drecks CPP-Horn. Warum sind die nicht alle gebannt worden? Scheißdreck. Entschuldigung. Sorry. Okay. Okay. Warum machst du das? Ach ja. Okay. 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 Hat er mich gesehen? Ja, hat mich gesehen. Okay. 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 Warum, warum? Was war das? Hä? Was zum... Ach, das war der Typhon. Habe ich nicht gesehen. Ähm. CPP-Clan wurde die Hälfte gebannt. Das war der Typhon. Aber ich habe nicht gesehen. Weil sie gecheatet haben. Weil sie gecheatet haben. Die andere Hälfte haben sie bloß noch nicht erwischt. Und und nicht zu Scheiße. Komm und nicht zu Scheiße. Komm und nicht zu Scheiße. Komm und nicht zu Scheiße. Wir haben noch eine kostenlose Reparatur. Ging aber schnell. und ich drohe jetzt schon mal an montags teams wird bleiben mit war thunder aber wenn es dann nicht ab diesem line up wird es den stream dann nicht mit wort haben wir geben so langsam nicht fixen ja oder klar wurde zur hälfte gewandt deswegen die seuche nicht mehr so groß war und ich weiß auch nicht ob das also sie wurden halt gebannt sie haben viele es gab auch oft kills wo ich mir gesagt habe auch wenn sie spawn kämpfen woher wussten die dass ich da bin wir haben auf mich schon geschossen du hast ja einen gewissen spawnschutz solange du dich nicht bewegst wusste ja nicht das sieht dich ja keiner und die haben trotzdem auf dich geschossen und getroffen wie zumindest keine ccp dabei jetzt kommt die risiko behaftete stelle fahren 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 nicht stehen bleiben fahren 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 aber nur ein bisschen so jetzt dürfte ich noch tief genug sagen oh fuck da ist noch einer 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 wieso kann der schneller drehen als wieso kann der schneller drehen als ich es ist so ein fettes teil ich hasse panzer fahren ich hasse panzer fahren ich hasse es ich verstehe es einfach nicht jedes mal wenn ich denke ich habe es passiert sowas ganz ruhig ja es war mein fehler ich war zufrieden ich hätte warten sollen das war unnötig was ich gemacht habe tschuldigung tschuldigung seren und weiß jemand ob ich durch dieses war Boah Fuck Jetzt sterbe ich mich grad extra Da war ich grad geistig komplett War mein Das war absolut Ich predige immer links gucken Rechts gucken links gucken rechts gucken Und ich fahre einfach blind geradeaus Äh die Frage die ich eingestellt wurde Kann man durch das Wasser da unten an die Fahnen? Nur am Rand Okay Langsam Vorsichtig Vorsicht Okay Wir haben Japaner in der Luft Okay Der aber grad zum reparieren zurückfliegt Ich hätte schwören können Da ist grad irgendwas von links nach rechts geflogen Egal Heimliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen Heimliche Heimlich war es jetzt schon Vielen Dank Négatif! Hmm... Ich komme mit dem Ding nicht so richtig auf die Höhe. Es hört ja gut aus heute. Es ist... Nein, tippe ich nicht. Ach, mit der Kanone brauche ich sogar gar nicht versuchen. So, dann kreisen wir mal. Bist du Japaner unter mir? Okay. Woh, 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 warum? Tätet das? Ich ziehe nach oben und das Ding bricht nach links rechts weg. Jeder Fein stört. Ich weiß nicht. Wir müssen dem Fein mehr zusetzen. Sie werden dabei zu gewinnen. Ich weiß nicht. Denn ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tut mir leid, dass es so endet. Da habe ich gerade Tracer gesehen, aber das sind, äh, Panzerschüsse. Ich gehe mal lieber noch ein bisschen auf Höhe, falls da noch einer von denen ins Flugzeug steigt. Das ist ein großes Problem, weil, da kann ich auch alle Panzer auf einsparen begrenzen. Doch, ich kann es mir aussuchen. Was ist denn los? Ich habe Overwatch gespielt, ähm, Liga im 6er Team. Und da habe ich auch gespawnt, kämpft. Ähm, allerdings war es da halt so, dass du eine Chance hattest. In diesem Spielmodus ist Spawn Campen... ...zu tödlich. Du hast keine Chance. Dann wird der Feind den Sieg davon fragen. Das Line-Up ist Fakt. Wie gesagt, ähm... Ich werde montags weiter meinen Warth Thunder Stream Tag beibehalten, auch im kommenden Jahr. Und da auch die Kopfgeld-Idee mal implementieren. Allerdings eben nur, wenn es unter diesem Line-Up ist. Alles, was vor diesem Line-Up ist, ist okay. Alles über diesem Line-Up ist Fakt. Das... das macht keinen Spaß. Das ist nutzlos. Das ist... Da brauche ich nicht spawnen mit dem Panzer. Kehre zum Flugplatz zurück! Nein! Entschuldige. Entschuldige. Und die Kopfgeld-Idee, da werde ich mir nochmal ein bisschen... Da müsste mir vielleicht auch mal helfen. Da werde ich mir vielleicht so zwei, drei Trockenübungen machen. Und da wiegt mit Absicht dann eben Lot hier. Einfach um, äh, euch auch die Chance des Mitspielens. Und dann einfach vielleicht um, ähm... Ich... ich spiele... Du weißt ja, auf einem Load hier spiele ich ja wirklich jede Nation durch. Das würde ich hier auch machen, wenn ich bei den anderen schon Panzer hätte. Habe ich nicht. Deswegen spiele ich hier nur die Deutschen gerade. Es ist halt... Das Line-Up... Ist so zum Nachteil, dass du... Ja, du gewinnst auch mal. Aber die Wahrscheinlichkeit... Dann musst du wirklich alles für dich sprechen. Und das Gegnerteam muss ich komplett dumm anstellen. In der Regel verlierst du. Und das ist halt... Äh... Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Und fliegen wir immer weiter. Ist ja jetzt egal. Bei den anderen muss ich genauso kämpfen und tun. Und da ist die Achsenseite meistens auch einen Tick unterlegen. Aber... Aber ab diesem Line-Up und aufwärts ist es einfach Fakt. Das ist einfach... Das ist das... Guckst du an, wie viele die noch haben. Und das ist fast jedes Spiel so. Nein, wegen dem Kopfgeld nochmal. Also ich habe mir überlegt... Äh... Wir könnten es ja so machen. Also maximal ein... Kopfgeld pro Tag. Pro Spieler. Und... Ähm... Es ist dann so... Man kann ja drei Spawns... Hat man ja... Und am Ende des Tages wird es sozusagen so gezählt. Einer killt mich. Ich kill ihn. Unentschieden. Er killt mich nochmal. Er hat gewonnen. Irgendwie so. Und dann gibt es... Ein paar golden... Eagles. Als Belohnung. Das ist die Idee. Die habe ich mir von Hell geklaut. Der macht das bei World of Warships so. Einfach um euch ein bisschen in... In Sim reinzulocken. Solle. Und euch meine Subs, die ich bekomme, zurückgeben, weil... Ähm... Das muss ich ja leider auch gestehen. Es gibt Maps... Jetzt müssen wir nochmal erfahren. Ach man. Es gibt Maps, wo du spawnen, campen musst, um den Punkt einzunehmen. Gebe ich vollkommen... Gebe ich zu. Das... Das... Kenne ich auch. Das habe ich auch schon gemacht dann, weil es eben auf der Map keine andere Möglichkeit gibt. Weil der Punkt... Da spawnen, da... Punkt. Ja... Äh... Da musst du spawnen, campen. Aber ich sagte ja dreimal. Und... Äh... Wer sagt denn, dass ich dich da nicht mit dem Flugzeug raushol? Hm... Wie gesagt, den Modi muss ich mir noch genau überlegen. Ja, ist manchmal das Map-Design. Aber wie gesagt, manchmal verstehe ich es. Da musst du wegen der scheiß Map. Auch mit dem Flugzeug erwische ich eigentlich mittlerweile recht gut. Kommt auf die Nation drauf an. Das einzige, wo ich heute froh bin, ist, dass mir sowas noch nicht über den Weg gefahren ist heute. Und ich verstehe halt nicht, dass sich Guy-Ching so querstellt und was gegen das spawn-Campen tut. Sie haben ja gesehen, dass es ein Problem ist. Deswegen haben sie ja überhaupt mal die Zonen und so weiter bei RB überhaupt mal eingeführt. Warum das kein Problem bei Sim sein sollte, wo es noch viel wichtiger ist, nicht gesehen zu werden? Ich weiß es nicht. Aber die Diskussion, ich habe drei Threads im Forum, die sind alle geschlossen worden von Moderatoren. Naja. Und wie ich vorher schon sagte, ich spiele, ich spiele ja, weil ich es mag. Weil ich es gerne spiele. Und deswegen kriege ich mich auch darüber auf. Ich spiele keine Spiele, wo ich nur am Meckern bin und ich keinen Spaß habe. Ich habe ja auch Spaß. Komm, jetzt noch ein Match. Okay. Hm, zwei Punkte. Hier werden, bevor ich da bin, französische Panzer auftauchen. Und dann gehen wir zu. Das war's für heute. muss ich auf irgendwas ich habe überraschend wenig italiener gesehen muss ich sagen sie sind optisch nur zweimal durchs bild gerast also so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, jetzt tut das Mikro wieder. Ja, gebe ich dir recht, eine Idee von mir war zu sagen, die haben doch Pucks im Spiel. Die müssen ja nicht mal Schaden machen und die müssen auch keine große Reichweite haben. Es reicht einfach am Spawn ein paar Pucks, die auf den Feind schießen, dass du weißt, hey, da ist ein Feind. So wie beim Flughafen die Flakart schießt. Ich höre doch hier gerade ein Panzer, oder? Und sozusagen, wenn der Gegner dann halt alle die Pucks, oh fuck. Ja, jetzt Neonzeugen, ja, den auch noch, komm. Ach, das ist ein eigener. Na toll. Und wenn der Gegner dann halt alle Pucks weggeschossen hat, dann hat er halt alle Pucks weggeschossen. Und dann kann er von mir aus auch Spawn campen, aber dieses... Ich werde irgendwo hingesetzt und bin absolut hilflos. Es kotzt halt einfach an. Und es ist ja... Vorhin hatte ich eine Runde, ich weiß nicht, ob du dazu geguckt hast. Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht, scheiße. Bubble, einen wunderschönen Namen wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ich... Hallo, könntest du bitte? Danke. Da war nach sieben Minuten musste ich respawnen und da war ein Spawn camper. Und das ist halt einfach dann... Ja, ich bin wieder am Fahren, du kommst aber, wenn ich das hier nicht überleben sollte, wahrscheinlich einen Tick zu spät heute leider, sorry. Sollte man das echt gewinnen? Es ist eigentlich immer so, wenn ich nichts mache, gewinnen wir, wenn ich was mache und öster bin, verlieren wir hundertprozentig. Aber das kennt ihr ja. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, wie man in diesem Spiel Spawn camping verhindern kann, ohne das... Scheiße. Ach, Mann. Den habe ich gesehen. Scheiße. War noch einer. Oder war noch nicht tot. Wie man Spawn campen erschweren könnte, verhindern könnte und das Spiel vielleicht sogar noch interessanter machen könnte. Aber dazu müssten sie ja mal ihr Content, also programmieren und nicht... Jetzt wird es komisch. Und nicht ständig neuen Content produzieren, aber das hat man ja auch schon. Marcellius, ich wünsche dir einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Danke fürs Reinschauen. Oh, fuck. Auge auf den ausgewiesenen Sektor. Gebt mir Deckung. Danke fürs Reinschauen. Oh. Das war's für heute. Wird Zeit verfeiern, das ist... Wie blöd kann man denn sein? Meine Fresse. Ich war kurz irritiert, weil der einer Deckung gegeben geschrien hat und das eigentlich... Ach, ich hab auf der Map falsch geguckt. Der ist hier aufgetaucht und der ist... Meine Dummheit, absolut meine absolute Dummheit im Quadrat. Die Frage ist, hat er den erwischt oder hat er ihn nicht erwischt? Wer hat mich getötet? Du bist kaputt, hab eine lange Bekanntschaft geholfen, um zu ziehen. Aber... Und wo kam das jetzt? Ich werde von irgendwo beschossen, ich sehe es nicht von wo. Hähne ich jetzt echt fest. Aber sonst seht ihr gut, gut. Das freut mich zu hören, Babbel. Ich muss morgen noch drei Stunden arbeiten, dann hab ich's auch hinter mir. Ja, ich hab einen Abschluss noch gemacht. Ich hab einen Abschluss noch gemacht. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Die war zu kurz. Ich hab echt bloß den Fahrer erwischt. Er sieht mich nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Da hab ich mal ein Glück überreizt. Das war der von vorher, der Franzos. Der war sauer. Ohne Kill Kim, das muss ich ihm recht geben, hätte der jetzt nicht gewusst, von wo ich ihn getötet hab. Und damit wär ich... Arige. Allerdings müssten sie ja dann die Catcher Tanks rausnehmen. Langsam hochziehen. So, das sah jetzt eigentlich gut aus. Und am Ende wird man wahrscheinlich trotzdem verlieren. Ähm, vielleicht schaffen wir's noch. Oder nur die Treffer, nicht von wo. Naja, da weißt du trotzdem von wo. Also ich weiß oft, ich missbrauch's ja auch. Du guckst ja hin, du guckst ja hin. Ähm, du siehst ja von wo der Schuss kam. Aber vielleicht nur die Information, wie bei der rote Text, was kaputt gegangen ist. Das wäre vielleicht ausreichend ohne die Cam. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet, ja, wir werden das Spiel noch verlieren. Aber wie ihr seht, ist es knapp. Das ist kein deutlicher Sieg. Man kann es selber ausschalten. Das müsste ich mir ja dann fast überlegen, um ehrlich zu sein. Okay, da fährt einer Spawncampen, oder? Das Ding mag's nicht, wenn man... Ist das ein eigener, den ich da grad beschießen? Nee, oder? Was haben wir denn noch im Rennen? Nee, das ist was mit Dreh-Tun. Ich treff den nicht. Da kommen die Flieger. Wo, 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 wo? danke könntest du vielleicht wenden oder so wird ist das große wo ist er jetzt geben anders hat sie erwischt oder Hör auf nach links weg zu brechen Das Ding ist ein Kraus Das ist ein Kraus zu fliegen Oh ist das ein Kraus Okay genug gekraust Ihr hört es vielleicht auch an der Stimme Die geht langsam flöten Ach nö, wir haben einen Panther Eigentlich habe ich gesagt Ich habe was erforscht Nein, nein Sorry, Stimme ist weg Ich muss morgen nochmal arbeiten Ich mache Feierabend vorhin Ne, das war nicht meiner Das war ein Russe Würde ich fast behaupten Ich hoffe mal zumindest Nicht, dass ich da jetzt doch noch auf den eigenen Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen Dass ich jetzt Feierabend mache Aber ihr hört es ja Wie gesagt, Stimmchen ist weg Zu wem hoste ich noch Was wollt ihr denn sehen? Auf zu Fuchs und Hase Ach, der spielt The Forest Liest Ich schicke euch zum Davinator wieder Der fliegt Lass Grüße von mir da Ich wünsche euch eine gute Nacht Wir sehen uns vielleicht morgen Ich weiß es noch nicht Ob ich morgen einen großen Großputztag mache Oder ob ich streame Ich weiß es noch nicht Ich werde mal gucken Ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen Vor Weihnachten Wünsche ich euch ein frohes Fest Und für die, die da noch weg sind Einen guten Rutsch Danke fürs dabei sein Danke fürs Sub Danke fürs Zuschauen Danke fürs Subs I wish you a good night Ich wünsche euch eine gute Nacht Bis dann Tschüss